Hallo Leute, willkommen zurück bei Minecraft und dieses Mal wird es jetzt einfach mal so ein Let's Show sein von anderen Servern. Ich stelle jetzt mal zwei, drei vor. Ja, und wir fangen mal an mit denen. Hier gibt es kein Login, man fängt... Warte mal, ich zeig mal. Oh, zu viele Hühnchen. Also, ich bin jetzt Bewohner schon. Verdammt. Ich kann ja nicht rüber misst. Ja, ich werde euch noch kriegen, ihr blöden Hühnchen. Wer so auch immer gespawnt hat, das kann ja nur gespawnt sein. Ja, hier sind noch Spar... Oh, ich bin... Ja, hallo, ja, hallo. Okay, dieses Haus ist schon mal doof. aber ich zeig jetzt mal die Spawn. Man spawnt hier den Anfang, das ist der Anfang, also hier gibt es so ein paar, also hier kann man so Regeln durchlesen, das ist für Englisch, das ist für Deutsch und ja, Mango Gamer. Okay, also hier sind so Regeln, also ich, alle die für Lava, alle die Lava mögen, TNT griefen, also stehen, wollen wir nicht abhacken, ähm, also, nenn ich euch halt, kommt einfach mal auf den Server, wenn ihr, ähm, also, ich kann, verrate euch nicht, ich verrate euch nicht, die Server IP dieses Mal, vielleicht beim nächsten Video, die ich jetzt hier mache, es gibt auch VIP, warte mal, hier ist VIP, hast du die Regeln gelesen, ne, warte mal, hier, die VIP-Regeln, what the fuck, ja, ich hab jetzt auch hier so eine Goldrüstung, das ist schön, also, ähm, hier dürft niemand was cheaten, kein Spawn-Eier, nicht griefen, keine Sachen verschenken, wenn ihr Ärger macht, trägt ihr vollen VIPs und VIPs. Sieben nicht, nach OP-Fragen, keine XP-Flasche und keine Feuerbälle, so, das sind die VIP-Regeln. Okay, hier sind, um Mode-Regeln, also, Moderator-Regeln. Ich muss keine Sachen verschenken, außer Kekse am Spawn, nicht sich selber promoten, äh, kein Problem. Gruppenliste fahr, okay, äh, ja, Owner ist, glaube ich, das Beste jetzt, also, Owner ist, ja, P90, FB, 100, ich werde auch einen eigenen Server machen, bald, aber endlich mal, ähm, also, ich hab ja, okay, ich hab ja nicht versprochen, letztens, äh, nein, ähm, ich werde wirklich einen eigenen Server machen, der wird richtig cool, so, so, mit SDK-Weed-Mod, Black-On-Sweet-Mod, warte mal, SDK-Weed-Mod, ist der Wurz für Server zugelassen? Ach, schickt mir einfach die Infos, also, wer auf Waffen mag, also, wer Waffen mag, der sollte auf meinen Server kommen und auch meine Frage beantworten. Ähm, ja, dann, ähm, wird dann noch der Elemental-Ross draus sein, also, ich, vielleicht, außerdem, ich hab ja auch noch richtig cool hier, Chi-Ching, ich hab wieder Thomas, er hat wirklich nur entschieden, ähm, ich soll ja, okay, ähm, what the fuck? Ne, jedenfalls, ähm, Ja, den Server, spoiler ich jetzt nicht mehr, also, ich, also meine, für diesen, dieses finde ich sehr gut. Nur, jetzt kommen wir mal zu diesem richtigen Hydratus, da muss man wieder so registerll machen und locken. In? Ich verdeck jetzt nur was. Ja, da sind wir wieder, ähm, so, ähm, Bart, was ist Bart? Ich hab jetzt so halb Goldrüstung, halb Diamantrüstung, halb, ist cool aussieht. Gin, 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 gin. Vielen Dank. 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 Und dann bis zum nächsten Mal.